Nur darum, dass ich mich ein bisschen sorge, wohin wir gerade mit unserer Gesellschaft unterwegs sind. Ich habe das Gefühl, dass es mehr und mehr Leuten Freude und Spaß macht, sich auf der Seite der Guten im Sonnenlicht zu sonnen und auf den und den und den und den zu zeigen, weil das ja die Schlechten, die Verwerflichen, diejenigen sind, die man früher wohlgemerkt hat, hat man solche Leute noch gerne und auch sympathisch Menschen genannt, die quer gedacht haben. Ich fand das immer sympathisch. Menschen, die quer denken, ich fand das eigentlich immer gut und wichtig. Das ist für mich die Freiheit. Das ist für mich die Freiheit, die in einer Demokratie überall steht, mehr oder weniger. Und solange sich Meinungen nicht über andere stellen, haben sie, zumindest in meinem Empfinden, nach meiner Messung, in jedem scheiß Landplatz zu haben, ohne dass man auf sie zeigt. Das sind für mich die, die kotzen mich so dermaßen an. Und ich wünschte mir, dass sie nicht dahin zurückgehen, wo sich's Dodatisches angefühlt hat. Und deswegen noch nächste Saison für euch zum allerersten Mal live gespielt, nach Wien, das war aber eine Probe, hier auf einem großen Konzert, Verbrecher, Verlierer, Stein den Unterführer!